Hallo, wir sind Larissa Rang und Ferdinand Gans von Bistronik-Glas. Ich bin 18 Jahre alt und mache hier eine Ausbildung als Elektronikerin und bin im zweiten Lehrjahr. Ich bin 19 Jahre alt, bin im dritten Lehrjahr und erlerne den Beruf Mechatroniker. Bistronik-Glas ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der Glasbearbeitung. Hier in Neuhausen-Hamburg entwickeln und produzieren wir Maschinen zur Isolierglasherstellung und Handlinggeräten. Jetzt zeigen wir euch, wie wir arbeiten. Das Spannende an meinem Beruf ist, er ist sehr abwechslungsreich und hat eine sehr gute Zukunftsperspektive und macht mir einfach richtig Spaß. Das Spannende an meinem Beruf ist, dass ich auch öfters mal unter Strom arbeiten muss und dass ich dann eben auch das fertige Ergebnis sehen kann. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre und man hat in der Woche eineinhalb Tage Schule. Meine Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre, ist aber mit einem 2,0 Schnitt verkürzbar. Das Arbeitsklima ist sehr gut, es gibt sehr nette und hilfsbereite Kollegen und in der Ausbildungswerkstatt gibt es immer Ansprechpartner. Wenn ihr Lust habt auf eine spannende Ausbildung bei Bistronic Class, dann bewerbt euch bei uns. Wenn ihr weitere Infos braucht, dann schaut auf unsere Webseite. Wir freuen uns auf euch.